Yo Leute und damit kommt's zurück zu Minecraft Materia Energy mit dem Dede mit Flash nicht Nee nicht mit Flash Egal ich habe einfach Centos Dede kann das ja nicht, genauso wie Flash Spinne! Au, ich hab Dede gleich runter geschissen Direkt zur Bühne, ja Hast du ne Essen Dede? Was soll wieder dir? Elf, Elf Brot Ja Was ist los mit der Spiele? Komm wir gehen da unten und holen uns mal Oh Enderman runtergucken Warte mal Ach das brauchen wir, dieses Zeug hier Ich hab keine passende Schwitzhacke mit, hast du einer? Boah ich hab noch so viel Mist bei mir Mach mal Die Quest Black Steel Da brauchen wir drei Stück davon Da brauchen wir noch diese Black Steel, das dafür Ja Egal, lass uns erst unten gucken, vielleicht finden wir noch was Ich hab's drunter oder was direkt? Ja, naja klar, den Pfad entlang ne Das ist ja unten weiter Hast du noch eins mit? Nee Okay Okay Ja, kriegen wir auch so, glaub ich hin Ich hab grad sagen YOLO 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 Äh, mal eben nen Block in die Mitte rein tun Chris Tchuuu 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 Komm runter du Sau Oh Lo Das ist richtig, der Chicken Wasnt da reingeben? Hinten 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 Hä針 brauchen wir auch immer noch 50 prozent haben wir geben hoch ich beleuchte in der zeit und kämpfe ein bisschen ein bisschen lauter machen aber der scheiß creeper alter der darf doch nicht mehr explodieren die kack sau warum noch ein kack creeper das ist doch sein lebenszweck erfüllen er darf nicht leben nein explodiert gleich hier vorne die sau nein wir haben so viel das ist ja ich bin gleich läuft bei dir tot warum das ach weil so eine spinne da reingebackt ist eine spinne backt hier rum ach hallo ich bin gar nichts kein klem kommen alle von dir wahrscheinlich was haltet ihr eigentlich von dem neuen was jetzt ablösen sollte wo man irgendwie angeblich nur namen eingeben keine ahnung ich weiß auf jeden fall dass ich so sicher sein jetzt habe ich da irgendwas gehört gehört dass ich auch auf jeden fall erzählt alter was hast du getan hier unten hier ist viel zu viel erde ich weiß generell wo viel da unten los ist ne im scheiss spinnenkäfig pass auf da oben sind überall spinnen deswegen da oben auch hier ist eine kiste genau guck mal im zoo wie im zoo guck doch mal hier in der glas scheier guck mal vielleicht warte ich will gerade mal diese komische wolle raus hier immer da in dem zoo ja die spinnen im zoo äh enderman lol auf der karte hast du gerade gesehen ja ja hier kann der enderman nachsch... alter auf der karte die rieche aus was ist das denn hier okay Kell und Weed äh ach Zentos ist mal ein Stück ach Zentos ist auch hier okay ja aber bin weiterhelfelaufen ja was ist mit diesem Zeug hier ist das böse oder warum ist das weiß ich nicht keine ahnung ich baue es nicht ab ey baust du jetzt ab ne Du Sackflash Wie war das denn? Was denn? Du wolltest mich grad gehauen, du Affe Nein, ich hab dich wirklich nicht gehauen Ah ne, da sind die Spinnen, die hier durchfallen Ja Ich hab mich schon gewonnen an dem Okay, von dem Zeug hab ich noch nicht Was ist denn dieses komische Zeug... Quatsch Ich spinn Okay, ich muss erst mal dieses Zeug hier mitnehmen Aber wenn ich da sterbe, dann liegt ein Einfluss Ja Ist das jetzt hier in der Wand drin, ne? Dann sterb mal, Dede Nee, lieber nicht Doch, gar nicht Nein, halt die Füße Geh dich Geht damit nicht Ähm, okay, hier ist Schnee Nee Ach wegen dem Zeug, bestimmt Warte, muss das ja gleich noch hin, dann schneiden Oh 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 So schlimm Ja Ich muss nicht so viel machen neben dem Irgendwas Aber das ist auch wieder hier Obsidian Zeug Du kannst auch haben das als explodiert, ne? Was ist Obsidian Zeug? Was ist Obsidian Zeug? Das ist wie im Nether, wenn da was abbaust du... Warum ist hier... Warum sind die Schienen hier kaputt? Also nicht Da oben ist ne... Brauch mein Handy Hm Was ist das denn... Hm Oh, hä, ich wollte... Ja, danke schön, dass du mir das sagst, sonst ich auch töte... Ach Ja, was ist das denn hier... Wie Stencils von Open Blocks und... Guck schön Ah, ich bring jetzt mal wieder ne halbe Quest weg Okay Erstmal die Kiste mitnehmen Hallo Kuh... Hallo Mücke Hallo Kuh... Neh mal die Ohren... Hallo Fleisch Oh oh... Vielleicht musst du gleich voll... Fett niesen Uah Uah Schi Schi Aua... Mein... Mein Kopf Aua... Ne, der hat das auch noch drinnen gelassen... Das ist kein Problem, Alter Mal überlegen... Ich hab richtig genießt Irgendwie so ne Ader im Auge oder in der Nase platzt dir gleich bestimmt... Mh Ihh... Was ist das? Das ist ein haariger Silberfisch... Der war haarig... Ich schwöre, ich schwöre, der war haarig... Ich schwöre... Also so wie du... Ah, witzig... Ah... Ich schwöre, der war haarig... Ich schwöre, der war haarig... Jaja... Bist du auch haarig... Ich hab's auch gehaarig... Bist du auch haarig... So, zwei Lavaeimer brauchen wir noch... Und einmal von diesem blauen Zeug... Was? Hier unten ist ganz viel Lava... Und hier unten ist auch ganz viel von dem blauen Zeug... Okay, ich brauch nur noch einen blauen... Und... Uah... Was? Das andere Ding schon, wo wir in den nächsten Raum kommen? Nee... Können wir, glaub ich, danach... So, wir müssen hier noch ein Zeug abholen... Was ist das hier? Der Blocks of Iron... Oh, gar nicht... Direkt nach unten... Spinnen... Ich baue hier einfach alles... Ich baue hier einfach alles... Ich baue hier einfach alles auseinander... Hast du kein Essen oder was? Nö... Gar nicht... Und durch die Scheißspinne eben... Scheißspinne... Ach... Hier ist genau Lava... Oh ne... Hinter der Wand ist irgendwas... 100 Clay... Und ich hab 28 Stück... So... Da wird mal irgendwas... Oh... Da ist irgendwas hinter... So böses... Oder so Viecher... Irgendwie so ein Taun... Oh hier? Ja... Die jüngsten stehen wir nicht... Okay... Moment... Lass mal einen Schritt näher gehen... Alter... Warum ist das noch denn? Was ist denn... Was ist denn... Was passiert? So... Noch einen näher gekommen... Geh mal weg, Dede... Bitte... Oh... Warte... Warte... Oh hier ist ein Loch oben... So viele Viecher... Ein paar... Dirt Creeper... Dirt Creeper... Dirt Creeper... Dirt Creeper... Ich holz mal die Bäume... Weil da... Das sind die Äpfel... Rein, 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 rein... Einfach rein! YOLO! YOLO! Das ist... Das ist dieses... Spinnennest...